Hi! Hast du als Kind auch ständig Dinge verloren oder vergessen, obwohl du dir super viel Mühe gegeben hast? Dann könnte das ein Anzeichen gewesen sein für deine ADHS. Genauso wie bei mir. Heute möchte ich mit dir zurück in meine Kindheit reisen und darüber sprechen, wie sich bei mir meine Symptome damals gezeigt haben. Denn viele von uns erkennen erst viel später im Leben, viel zu spät, dass viele dieser Eigenheiten viel mehr waren als einfach nur zerstreutes Kind sein. Es ist so wichtig, diese Anzeichen so früh wie möglich zu erkennen. Denn dann bekommen wir die Unterstützung, die wir brauchen, um unser Potenzial voll zu leben und erfüllt sein zu können. Ich teile hier meine persönlichen Erfahrungen und das sind nicht zwingend Diagnose-Kriterien. Es ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Und falls du dich in gewissen Dingen wiedererkennst, heisst das natürlich noch lange nicht, dass du eine ADHS-Diagnose brauchst oder du ADHS hast. Es ist einfach gelebte Erfahrung und ein kleines Puzzleteil idealerweise für deine Entdeckungsreise. Bevor ich in meine Eigenschaften abtauche, möchte ich aber noch ein paar klassische Missverständnisse kurz aus dem Weg räumen. ADHS ist nicht einfach nur hyper zu sein, sondern es betrifft unser Gedächtnis, unsere Emotionen und unsere Organisationsfähigkeiten und so weiter. Es sind echte Differenzen, die unser ganzes Wesen betreffen. Viele Mädchen und auch non-binäre Menschen werden bis heute noch übersehen, weil sie eine andere Präsentation haben als die vieler Jungen. Und genau deshalb ist dieses Erfahrungswissen zum Beispiel von mir oder von anderen Personen als Ergänzung zu den Diagnose-Kriterien so wichtig, weil man sich vielleicht in den klassischen Diagnose-Kriterien eher weniger sieht. Wenn man aber relaten kann zu gewissen Erlebnissen, dann könnte das auch der Beweggrund sein, in eine Abklärung zu gehen. So, genug gequatscht. Nun also meine elf Anzeichen für ADHS in meiner Kindheit und in meiner Jugendzeit. Erstens, verlieren von Dingen. Jacken, Rucksäcke, Stundenpläne. Nichts war irgendwie an mir befestigt und leider wurde mir das oft als Nachlässigkeit oder auch Undankbarkeit nachgehalten. Aber mir waren diese Dinge super wichtig und das war für mich so traurig jeweils, wenn etwas wieder verschwunden ist. Und vor allem, wenn dann Bemerkungen kamen wie, verliere das aber nicht gleich wieder. Und wenn es dann passiert ist, das war schon sehr schmerzhaft, denn wir wollen das ja nicht. Wir mögen ja unsere Sachen. Dann Hausaufgaben vergessen. Vergessen zu Hause, vergessen sie zu erledigen, vergessen, was genau ich erledigen musste. Und das lag daran, dass es für mich mega schwer war, irgendwie Notizen zu machen und dann diese Notizen zu Hause dann auch wieder zu finden. Ich musste so häufig nach Hause, weil ich meine Hausaufgaben zu Hause liegen gelassen habe, obwohl ich hätte schwören können, zu 100 Prozent, dass ich diese Dinge eingepackt hatte. Das hatte vermutlich auch mit den Ängsten zu tun, die sich mit der Zeit aufgebaut haben, weil ich so Schiss davor hatte, dass es wieder passiert und dann ist halt Murphy's Law am Machen. Drittens, unvollendete Projekte. Zeichnen, Stricken, Häkeln, was auch immer. Vieles blieb einfach unvollendet zurück. Ich war immer super darin, das zu starten, aber beenden halt nicht, weil auch vielleicht wieder was Neues gekommen ist. Damals war das natürlich schwierig für mich, weil ich hatte ein super schlechtes Gewissen deswegen und heute weiss ich einfach, dass ich gewisse Dinge halt liegen lasse und sie dann vielleicht später sogar wieder hervorhole. Viertens, Ungeduld und Hass. Bei mir gab es nichts Schlimmeres, als wenn ich auf etwas warten musste, sei es nur einen Teebeutel ziehen zu lassen oder wenn etwas lange dauerte. Bei mir musste immer alles mega schnell gehen und das hatte dann bei meinen Projekten teilweise die Auswirkung, dass es halt hingeschludert wirkte, auch wenn es gar nicht so gemeint war. Ich wollte einfach alles aus meinem Brain rauskriegen, bevor es wieder weg war. Das weiss ich jetzt einfach im Nachhinein. Und es war für mich halt einfach auch super langweilig, das Ganze so Schritt für Schritt zu verfolgen und mir Zeit zu lassen. Und es hatte nicht nur negative Seiten. Ich kann zum Beispiel bis heute super schnell irgendwas hinzeichnen oder hinschreiben, wenn die Zeit drängt. Anzeichen Nummer 5. Schlafstörungen und seltsamer Schlaf. Heute weiss man aus verschiedenen Forschungsarbeiten, dass es eine starke Korrelation gibt zwischen ADOS und Schlafstörungen. Bei mir waren es Einschlafstörungen und manchmal auch mitten in der Nacht wach sein und zum Beispiel das Zimmer umzustellen. Aber für mich war es völlig normal, dass ich nicht einschlafen konnte. Einfach so und schon gar nicht, wenn ich am nächsten Tag etwas leisten musste. Das war natürlich eine grosse Belastung für mich. Und irgendwie habe ich mich auch immer ein bisschen dafür geschämt, weil alle anderen offensichtlich damit kein Problem hatten. Eigenschaft Nummer 6. Ich war super verträumt und verpeilt. Das heisst, ich erinnere mich, wie oft, dass ich mit meiner Grossmutter unterwegs war und mit ihr gesprochen habe und dann bin ich einfach irgendwo hereingelaufen oder angestoßen. Oder ich habe plötzlich gemerkt, dass ich gar nicht mehr mit meiner Grossmutter spreche, sondern sie schon längst irgendwie weiter war und ich einfach eine fremde Person angesprochen habe. Ich habe mich oft angestoßen, bin beim Skifahren irgendwie abhanden gekommen, aus der Piste gefahren. Ich habe in der Schule sehr, sehr viel verpasst, was ich eigentlich hätte mitkriegen sollen. Ich sehe auch Hausaufgaben nicht aufgeschrieben und so. Ja, ich meine, das Schöne war natürlich auch, dass ich in einer ganz schönen Fantasiewelt unterwegs war und auch meine eigenen Geschichten kreiert hatte damals. Eigenschaft Nummer 7. Flüchtigkeitsfehler. Wie oft habe ich gehört von Lehrern, der Aufsatz ist super, du hast dir eine wunderbare Geschichte ausgedacht, aber du hast viel zu viele Fehler gemacht und darum kann ich dir nicht so eine tolle Note geben, wie du eigentlich verdient hättest. Oder auch so Dinge wie, sie ist so talentiert und sie ist super schlau, aber sie kriegt das irgendwie nicht umgesetzt. Sie macht einfach zu viele Fehler. Sie lässt Seiten aus, sie lässt Gedanken aus. Das hat dann ein bisschen abgenommen, ich kann gar nicht sagen, weshalb eigentlich, vermutlich, weil ich Ängste aufgebaut habe und Anxiety kann ein sehr schlechter Copy-Mechanismus sein mit ADHS, der aber zu besseren Resultaten führt. Ich denke, es war vermutlich das. Achtens, wenn wir von Ängsten und Depressionen sprechen, Ängste und Depressionen. Meine erste Panikattacke hatte ich mit 12 und danach in der Teenager-Phase hatte ich natürlich auch aufgrund schlimmer Erlebnisse viele depressive Phasen und auch später im Leben. Und ich finde, das sollte eigentlich hellhörig machen, wenn ein Kind schon so früh depressive Züge oder ängstliche Züge zeigt. Aber natürlich wird es dann halt einfach als Anpassungsstörung diagnostiziert oder als Angststörung, wie es bei mir dann der Fall war. Neuntens, Unordnung. So sehr ich das auch wollte, Ordnung zu halten und Chaos zu verhindern, es ist mir einfach nie gelungen. Mein Etui war in der kürzesten Zeit komplett durcheinander, kein Stift war mehr am richtigen Platz. Ich habe immer neidisch auf die Etuis von anderen geguckt, weil die so schön ausgesehen haben und die sortierten Farben und so. Für mich war das irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Ich war wahrscheinlich auch teilweise ein bisschen langsam beim Zusammenpacken von Sachen oder auch ungeduldig. Blätter waren zerknittert in meiner Schultasche, nichts blieb irgendwie schön. Ein ganz nicht so gutes Erlebnis für mich oder eine nicht so gute Erinnerung für mich ist auch, dass ich auch bei Poesiealben zum Beispiel die nicht schön halten konnte, also Poesiealben von anderen, und sie dann quasi Walk of Shame mäßig mit zerknitterten Blättern, Eselsohren und so zurückgegeben habe. Das hat dann auch teilweise zu Konflikten und Hänseleien geführt. Ich musste auch häufiger nachsitzen, weil ich die Sachen nicht schön abgegeben habe, weil die Zettel irgendwie angefressen waren. Und ganz im Gegensatz zu der Meinung von den Lehren, dass mir das einfach egal ist, habe ich sehr darunter gelitten. Und es war für mich so schräg, dass ich nichts dagegen unternehmen konnte. Jetzt weiß ich es. Zehntens. Intensive, wechselnde Interessen. Natürlich könnte jetzt da auch noch der Autismus mit reinspielen, aber wenn ich ein Interesse gefunden habe, dann gab es nur noch das. Ich habe nur noch darüber recherchiert, ich habe nur noch darüber gesprochen. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht über etwas anderes nachdenken. Das fiel mir dann unglaublich schwer, mich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Natürlich, die ADHS hatten dazu geführt, dass ich das Interesse dann auch mal wieder eben unvollendet quasi weggelegt habe. Aber dieses intensive Eintauchen und Hyperfokussieren, das war bei mir schon ein sehr sichtbares Muster, so im Nachhinein gesehen. Elftens. Soziale Schwierigkeiten. Mir fiel es immer unglaublich schwer, Freundschaften zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Könnte natürlich auch die autistische Seite noch reinspielen, aber auch das ADHS-Gehirn, das halt auch gerne vergisst, aus den Augen, aus dem Sinn. Und darum hatte ich sehr oft sehr einsame Phasen. Außerdem wurde ich, wie schon erwähnt, wegen meiner Eigenschaften, auch wegen dem Chaos oder weil ich nicht immer ganz so ordentlich aussah, sehr häufig von anderen gemobbt. Was natürlich meine Ängste vor Leuten, vor Freundschaften und auch das Vertrauen nachhaltig schwächte. Also Leute, Mobbing, bitte niemals unterschätzen, was das mit einem Kind anstellen kann. ADHS früh zu erkennen oder so früh wie möglich oder so schnell wie möglich. Hilft einfach Kindern und Jugendlichen, sich selbst besser zu verstehen, gewisse Dinge auch zu akzeptieren und ihre Stärken und Potenziale so zu entwickeln, dass sie später auch im Berufsleben oder in der Weiterbildung oder auch in Beziehungen viel, viel weniger Probleme und Konflikte haben. Wenn man eine späte Diagnose erhält, ist es natürlich auch möglich, die eigenen Stärken noch zu entwickeln etc. Das mache ich ja auch in meinen Coachings mit den Menschen. Aber es kommt halt mit so viel mehr Baggage daher. Man muss so viel mehr auch psychologisch und psychiatrisch aufarbeiten. Traumata, Ängste, Depressionen. Sicher kann man das nicht mit einer Diagnose komplett verhindern, aber man kann es wenigstens verhindern, dass diese Dinge aufgrund einer unerkannten Diagnose passieren. Darum niemals versuchen, aufgrund des Stigmas die Diagnose nicht zu holen. Denn letztendlich löst sich das Stigma dadurch auch nicht auf. Es haben alle wirklich mehr davon, Klarheit zu haben. So, jetzt teile deine eigenen Erfahrungen mit ADHS in den Kommentaren oder wenn du dich selbst da wiedererkannt hast. Und ja, in diesem Sinne, danke, dass du da warst, reingeschaut hast und bis bald. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.